Hallo liebe Fußballfreunde, ich möchte heute auf das Thema RCFC Heidenheim. Zweite Bundesliga 2022-2023, 10. Spieltag. Sapauli gegen RCFC Heidenheim. Entgibt es 0 zu 0. Startelf von Sapauli. Fasili, Zalyakas, Nematar, Neticlaritska, Samita, Achemu, Bukalva, Hartil, Amanido. RCFC Heidenheim, Startelf. Müller, Malony, Manka, Sri Stibin, Hörnemberg, Gibbel, Tomal, Tomala, Beck, Pesté, Külwetter, Kleindienst, Kleindienst, das war's von FFC Sapauli gegen RCFC Heidenheim. Uhrzeit 16.40 Uhr.